kapitel 35 holpriger start draiko reckte den hals damit etwas sehen konnte zuerst kamen etwa zehn junge frauen in die halle geschwebt anders konnte man es nicht sagen in der hellblauen uniform vollführten sie eine art tanz bei welchem blaue schmetterlinge um sie herum schwirrten und glitzernd verschwanden kurz darauf kamen zehn junge männer herein verbeugten sich vor je einer der schülerinnen und tanzten mit ihnen einen kurzen walzer ehe sie sich vor dem lehrertisch aufstellten und dann kam die wohl größte frau die draiko je gesehen hatte in die halle gegen sie wirkte selbst hagrid fast schon klein neben ihr lief ein junges mädchen und harry keuchte draiko als er diesen auf der anderen seite der frau entdeckte harry sah schnell zum slitherin tisch aber ehe er draiko sehen konnte waren sie bereits vorbeigegangen und stand nun ebenfalls vor dem lehrertisch in der halle war still geworden alle starrten auf madame maxim und auf ihn albis dumbledore begrüßte madame maxim und führte sie zum lehrertisch während die beaubarton schüler am tisch der ravenclaws platz nahmen harry sah hinüber zu draiko und lächelte ihm zu während dieser ihn vollkommen entgeistert anstarrte aber lange konnte er sich nicht konzentrieren denn schon hob dumbledore wieder die arme begrüßen wir nun die stolzen söhne des domstrang institutes rief er und die türen öffneten sich erneut harry verkrampfte sich domstrang ron war dort aber er war zu jung oder hey alles ok wollte antoine wissen in dem harry saß ja ja geht schon sagte dieser und starrte auf die jungen männer die nun in die halle kamen sie hatten lange stöcke und verführten einen kampftanz es waren 15 jungen kein mädchen war darunter harry war erleichtert als er ron nicht entdeckte stattdessen kam ein mann hinter den schülern in die halle der ihm alles andere als sympathisch war igor karkaroff war ein unangenehmer mensch mit langen fettigen haaren und einem verschlagenen lächeln welches gelbe zähne aufplätzen ließ auch er wurde von dumbledore begrüßt und zum tisch geleitet während die schüler aus domstrang am tisch der slytherins ihren platz einnahmen ich begrüße nun barty crouch er ist leiter der ministeriumsabteilung für internationale magische zusammenarbeit und wird euch nun erläutern wie die champions ausgewählt werden sagte dumbledore und neben ihn trat ein mann der äußerst verbittert wirkte crouch flüsterte harry zu sich selbst was wollte antoine leise wissen nichts nur der name grouch's sohn war ein todesser der hat für meinen vater ausgesagt so ist er dann aus askaban gekommen flüsterte harry zurück quatsch hupen seinen zauberstab und auf einem sockel erschien eine art hölzerner kelch der mit vielen schnitzereien verziert war dies ist der feuerkelch er wird am ende der woche die drei champions auswählen jeder der teilnehmen möchte und das entsprechende alte hat kann seinen namen auf einen zettel schreiben und diesen dann in den kelch werfen am ende der woche wird der kelch die champions bestimmen aber seid gewarnt einmal ausgewählt gibt es kein zurück sagte crouch unheilvoll komischer typ dieser crouch raunte blaze am tisch der slytherin draco zu dieser hatte aber kaum zugehört sein blick wanderte immer wieder zu harry der sich mit dem jungen neben sich unterhielt der typ war ein schrank er war sicher an die 1 80 groß hatte breite schultern kurze braune haare und strahlenweiße zähne draco wusste nicht was es war aber hinter seiner brust brüllte ein löwe bei diesem anblick dray alles ok hast du mir zugehört wollte blaze wissen und folgte dem blick seines besten freundes bist du eifersüchtig flüsterte er nun sehr leise und draco löste sich aus seiner starre blödsinn sagte etwas zu schnell und vehement wie du meinst sagte blaze und klatschte kurz darauf freudig in die hände als das abendessen erschien draco war der hunger vergangen lustlos stocherte er in seinem kartoffelbrei und sah immer wieder hinüber zum tisch der raven claws harry aß in dessen mit appetit und erklärte an tron die eine oder andere speise aber auch sein blick ging immer häufiger hinüber zu draco der seltsam abwesend schien freund von dir wollte an tron wissen der harrys blick durchaus gesehen hatte mein bester freund sagte dieser leise an tron sah zu draco der ebenfalls gerade in den blick gehoben hatte und ihn finster anfunkelte scheint nett zu sein sagte der ältere lächelnd und wandte sich wieder seinem essen zu irgendwann als das essen beendet war trat monsieur lachat an ihren tisch sie haben noch eine stunde zeit um sich die schule anzusehen und sich alles zeigen zu lassen aber spätestens um 21 uhr sind sie in der kutsche sagte der erzieher die bobertons schüler nickten alle und die schüler aus ravenclaw waren sofort bereit ihnen eine besichtigungstour zu geben das könnt ihr auch harry übernehmen kam es von pierre einem großen blond gelockten bobertons schüler lass mal pierre harry hat hier freunde die er ewig nicht gesehen hat da wollen wir ihn doch nicht damit nerven sagte an tron mit einem augenzwinkern und stand auf die anderen folgten seinem beispiel und verließen zusammen mit einigen ravenclaws die große halle auch harry stand nun auf und bahnte sich einen weg durch die schüler die dem ausgang der halle entgegenstrebten hier und da grüßte ihn jemand er winkte hermin und den zwilling und dann stand er grinsend vor draco und blaze überraschung sagte er und blaze umarmte ihn sofort das kannst du laut sagen ja wir hatten keine ahnung kam es von drake und harry wusste nicht ob es nett sein sollte oder ob er einen vorwurf in der stimme des anderen hörte es tut mir leid ich hatte auch keine ahnung dad und siri haben nichts gesagt und naja sie wollten es mir überlassen ob ich herkomme oder nicht sagte harry entschuldigend sofort fühlte draco sich schuldig natürlich war es für harry nicht leicht herzukommen und er wurde das gefühl nicht los dass er seinetwegen gekommen war hey alles okay ich finde es toll dass du hier bist sagte draco nun und umarmte harry kurz diese hatte für einen moment das gefühl sein körper würde unter strom stehen aber sobald draco ihn los ließ verschwand es okay also schicke uniform sagte blaze um die stimmung aufzulockern danke naja etwas blau sagte harry verlegen kommst du mit zu uns bis du rüber musst wollte draco wissen klar sagte harry und sie machten sich auf den weg zu den kerkern vor seinem büro stand severus und verabschiedete gerade einen älteren slytherin als er harry sah und ihm zulächelte sagte dieser sah sich kurz um und umarmte den lehrer dieser strich ihm sanft über den rücken es ist schön dich wieder hier zu haben geht es dir gut fragte er ja wusstest du es ja deine väter und ich durften allerdings nichts sagen ich freue mich dass du da bist onkel seth kann harry nicht bei unserem unterricht teilnehmen er ist doch der einzige aus seinem jahrgang und dann soll er bei den ravenclaws hocken sagte draco harry sah ihn überrascht an daran hatte er noch gar nicht gedacht die schüler aus beau bauton würden zusammen mit den ravenclaws und haffelpuffs unterrichtet würden aber aufgeteilt werden da sie zu viele waren er wäre der einzige aus dem fünften jahr ja das stimmt meinst du das geht wollte er wissen ich rede mit damador aber ich denke es sollte nichts dagegen sprechen sagte sarahis danke sagte harry sicher und nun geht ich komme gleich nach um die neuen zu begrüßen sagte der tränkemeister im gemeinschaftsraum des slitherins herrschte gräger betrieb als harry drake und blaise hereinkam wurden sie sofort von einigen aus ihrem jahrgang umringt hey harry cool dass du wieder hier bist sagte sierra und nod grinsend ja echt nett darfst du hier übernachten wollte pansy wissen nein wir müssen alle drüben in der kutsche schlafen erklärte harry ist die nicht etwas klein kam es von theo nein da liegt ein ausdehnungszauber drauf wir talen uns immer zu zweit ein zimmer platz ist genug ok war es das wollte draco wissen und schob harry entnervt durch die anderen slitherins blaise kommst du rief über seine schulter aber der andere winkte ab äh ich komme gleich nach geht schon mal draco zuckte mit den schultern und folgte harry die treppe hinauf zu ihrem zimmer harry musste lächeln als er sein altes zimmer betrat es hatte sich wenig verändert und auch sein bett stand noch da genau auf dieses setzte er sich jetzt wenn draco sich auf seines warf ihr habt es stehen lassen wollte harry wissen hm ja naja vielleicht wenn du doch irgendwann es stört ja nicht sagte draco verlegen also was hörst du von dem turnier wechselte er schnell das thema harry zuckte mit den schultern keine ahnung meines wäre es nicht ruhm und ehre und darf er vielleicht sterben ne lass mal sagte er ja wahrscheinlich hast du recht bist du etwa wirklich enttäuscht dass du nicht mitmachen kannst wollte harry belustigt wissen quatsch aber auf der anderen seite klingt es spannend was ist mit den aus bobertron also was sind das für leute äh du meinst die die mit sind hm naja die meisten kenne ich nicht so gut fleur ist ziemlich nett sie hat sich am anfang um mich gekümmert das ist die mit den langen blonden haaren das kleine mädchen ist ihre schwester gabrielle sie ist jetzt zehn aber in diesem jahr in bobertron weil ihre eltern beruflich unterwegs sind na und antoine mit ihm teile ich mir ja das zimmer ich kenne ihn schon eine weile wir spielen zusammen in der quidditch außerhalb der schule er ist echt nett und und sein freund auch der ist schulsprecher sagte harry schnell und lief leicht rot an was auch draco nicht hinging er hat einen freund wollte er zögernd wissen ähm ja naja sie sind schon eine weile zusammen und es gab etwas stress als antoine sich für das turnier entschieden hat ja kann ich nachvollziehen ist ihr letztes jahr und er haut ab und lässt ihn allein ja schon aber es ist eben auch eine riesen chance sie haben sich ja auch wieder vertragen und antoine wird nach bobertron zurückkehren wenn er nicht ausgewählt wird du du magst ihn oder wollte draco wissen und seine stimme zitterte kaum merklich harry sah irritiert auf ehe er etwas sagen konnte ging die zimmertür auf und blaze kam herein na alles wiedererkannt wollte er wissen und sah zwischen seinen freunden hin und her ähm komme ich ungelegen nein alles gut warst harry schon da fragte draco und wandte den blick nun blaze zu jup war da naja ihr kennt ja seine rede sagte blaze und warf sich auf sein bett ich glaube ich muss langsam sagte harry und stand auf klar nicht dass du ärger bekommst sagte blaze und warf draco einen auffordernden blick zu ähm ja genau komm ich bring dich noch schnell sagte dieser und sprang auf ok dann bis morgen blaze sagte harry und folgte draco aus dem raum sie liefen eine weile schweigen durchs schloss bis sie schließlich auf den ländereien standen also zu deiner frage vorhin begann harry draco blieb stehen und sah ihn an ja ich mag antoine er ist so eine art großer bruder für mich sagte harry und lächelte matt mit einem mal fiel eine unsichtbare last von dracos schultern und er nickte das ist gut er wirkt nett sagte er und konnte seine innere stimme quasi mit den augenrollen hören sie liefen weiter und kamen bald zu der beeindruckenden kutsche davor stand monsieur la char und nickte harry und draco zu ah monsieur riddle sie sind der letzte allerdings tut es mir leid heute können sie ihrem freund die kutsche nicht mehr zeigen sagte der erzieher was meint er fragte draco leise der von dem schnellen französisch nichts verstanden hatte oh verzeihen sie ich sagte sie können erst morgen die kutsche sehen sagte monsieur la char nun in englisch ähm ja danke ich wollte harry ohnehin nur bringen bis morgen sagte draco an harry gewand nickte la char zu und rannte hinauf zum schloss seufzen stieg harry die treppen hinauf der aufenthaltsraum war bereits leer und so machte er sich auf den weg zu seinem und antoines zimmer der ältere saß am schreibtisch und band seinem falken clomant gerade einen brief ans bein für pascal fragte harry und legte sein jackett ab ja ich habe versprochen mich zu melden sagte antoine und ließ den falken aus dem fenster fliegen harry nickte und löste seinen schlüps er sein hemd aufknüpfte und dann in seinen pyjama schlüpfte wie war es wollte antoine wissen und legte sich auf sein bett harry zuckte mit den schultern fast so als sei ich nie weg gewesen aber es wäre gelogen wenn ich sagen würde es sei leicht sagte er und setzte sich auf die bettkante antoine nickte setzte sich auf und sah harry fragend an was belastet dich es ist doch nicht nur die tatsache wieder hier zu sein also hier wo dir das angetan wurde oder harry schüttelte gleich den kopf darf ich dich was fragen wollte er zögernd wissen sicher schieß los verlegen lieb sich harry den nacken also also wie wie hast du gemerkt dass du na dass du dass ich schwul bin half antoine und harry nickte hm keine ahnung mädchen haben mich nie wirklich interessiert und vielleicht habe ich auch immer etwas länger hingesehen wenn sich die jungs umgezogen haben aber ich kann dir keinen zeitpunkt sagen oder kein gefühl es war einfach so pascal pascal war es einfach perfekt so als hätte immer etwas gefehlt und dann ist es plötzlich da so war damals unser erster kuss es war wie ein feuerwerk und ich wusste ich will nie was anderes du fragst doch nicht aus reinem interesse oder harry schüttelte den kopf und verguckt das gesicht in den händen er spürte wie antoine sich neben ihn setzte und ihm dann einen arm um die schulter legte draco oder fragte er sanft hm ich denke schon sagte harry leise harry das ist doch nicht schlimm liebe kann man nicht planen sexualität kann man nicht planen niemand beschließt doch plötzlich schwul oder hetero zu sein ich weiß aber meine väter deine väter belehr mich eines besseren aber sie sind schwul oder fragte antoine und lachte nun lächelte auch harry matt ja sicher aber ich will nicht dass sie denken sie seien also schuld daran daran dass du schwul bist warum sollten sie du bist 15 jahre alt und hast genug andere vorbilder lass dich von solchen gedanken nicht beeinflussen ich wette dass sie super stolz auf dich sein werden was ist mit draco wieder zuckte harry mit den schultern wir sind eigentlich fast wie brüder ich meine wir leben fast zusammen wenn ferien sind er ist immer da und wir haben viel Spaß es wird nie langweilig und wir wissen so ziemlich was der andere denkt hört sich nach liebe an wenn du mich fragst draco laufen die mädchen hinterher na und hat er hier eine freundin gehabt nicht dass ich wüsste siehst du ich sag dir jetzt mal was ich glaube der ist verdammt verknallt in dich wie kommst du darauf wollte harry vollkommen überrascht wissen heute beim abendessen da hat er uns reden sehen und ich sag dir wenn man einen avada mit den augen verschießen könnte wäre ich jetzt definitiv tot sagt antwarn und lachte meinst du er ist eifersüchtig ganz sicher was mache ich jetzt wollte harry flehend wissen keine ahnung aber vielleicht einfach mit ihm reden das kann ich nicht wenn es alles ganz anders ist was dann ich will ihn nicht als freund verlieren und wenn das heißt ihn nicht lieben zu dürfen dann ist das so also die melodramatik hast du echt gut drauf na schön dann warte ab ich wette dein Draco wird bald den ersten Schritt machen und dann lebt ihr glücklich bis ans Ende euer Tage sagte Antran theatralisch Spinner sagte Harry und schubs ihn vom Bett ja vielleicht aber du wirst sehen ich habe recht und nun lass uns schlafen ich muss morgen ausgeruht sein wenn ich meinen Namen in den Kelch werfe sagte Antran und legte sich nun in sein Bett gute Nacht Antran sagte Harry und löschte das Licht schlaf gut Harry und denk nicht so viel darüber nach hörte Antwans Stimme Harry seufzte drehte sich auf die Seite und starrte in die Dunkelheit nicht wissend dass Drake und den Kerkern genau das gleiche tat